Mirage, guck mal, kenn ich gar nicht. Da werd ich bestimmt richtig ab. Aber wenn ich den DLC schon hab, wieso soll ich den ja nochmal kaufen? Das versteh ich nicht. Ja, du hast den alten DLC, das ist ja schon wieder ein neuer Haus. Keine Ahnung, Black Ops 2 mit Ingeleien und so. Achso, die Map kenne ich noch. Die Map ist scheiße irgendwie für mich. Nein, die ist gar nicht so schlecht. Übrigens, ich find die Begrüßung mittlerweile sehr geil. Von wegen Cheater und so? Ja, ja, die Begrüßung jetzt im Moment, wenn man sich einloggt, also bei mir zumindest, ist, äh, Frage, warum überquert das Huhn die Straße? Antwort, wenn du beim Cheaten erwischt wirst, wirst du gebannt. Schönen Tag noch. Fand ich sehr geil, muss ich sagen. Ah, ich find Cheaten ist cool. Ich nicht. Doch, ab und zu muss man das auch mal machen. Cheaten ist lame, Alter. Ich bin lame. Lame. Ich bin ein Faggot. Alter, sind hier überhaupt Gegner? Alter, was hat er denn für ein Aim? Achso, alles klar. Okay, wir haben nur zwei, drei Gegner nur. Er nutzt den Headglitch aus. Ja, ja, Headglitchen sind sowieso die Besten. Ähm, wieso ist denn der Server so leer, Alter? Ja, da kommen gerade welche rein. Mich hat jemand gepikst mit einem Messer. Bist du down? Jo, ich war down. Alter, ich sehe hier keine. Das Game will mich hier verarschen. Na los, na los! Und wenn ich jemanden sehe, dann werde ich erstochen. Erstochen, Alter, da muss man aber schon richtig... Ich stand an der Wand und hab... ...gechillt. Weg da oben, Alter. Am Arsch. Oh, fuck, da waren sie zu zweit. Scheiße. Oh mein Gott, der Typ liegt echt da vorne an der Ecke. Oh mein Gott, und wartet, bis ich rumkomme. Oh man. Das sind schon wieder so Skill-like Leute hier. Digga, da wollte er mich mit dem Einsatzschild kaputt machen. Verbündetes Blitzschlag steht bevor. Scheiße. Hat er dich gemessert? Der alte Faggot. Er hat ein Gold... Er hat ein... Gold... Wie heißt das? Eine Goldarmbrust gehabt. Wow. Ich hab mir das Ding einfach mal angehört. Digga, ganz ehrlich. Ich laufe hier irgendwo rum. Ich seh keinen Menschen. Dann laufe ich irgendwo weg. Und dann werde ich von hinten erschossen. Alter. Cut, du Buddha. Alter, wie rennt er denn rum? Wie ein Gestörter. Auf Speed, Alter. Auf Speed. Da ist einer hinten in der Ecke. Jo, und ich bin down. Kacke. 4, 5. Alter, leck mich. Die sind alle hinter dir. Oh, ich treffe keinen Schwanz hier. Oh, fuck it, Alter. Was ist das denn für eine Runde? Bei dir vorne sind sie alle. Ich treffe hier nix, Digga. Das ist auch... Wenn sich YouTube meine Videos anguckt, ich werde hier bestimmt nur geflamed von den Leuten. Oh, ich bin zu schlecht. Wie kann man das spielen? Oh, oh, oh. Ich seh auch irgendwelche... Oh, auf alle Seiten. Ihr hattet das Gefühl, die sind zehnmal so viel gerade wie wir. Sind sie aber gar nicht. Ja, die ist aber auch eine relativ doofe Map, finde ich. So verwinkelt ist sie. Ist schwer zu lernen, finde ich. Der ist erledigt. Feindliche Angreifer. Ich geh mal außen rum. Abschuss bestätigt. Ich hab den doch noch gemessert, ey. Ey, wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat einen Speedhack an. Das Ding ist, äh, ähm, wie wählt man denn nochmal Sachen aus, die man so kriegt? Auf drei oder so, ne? Ja. Hätt ich mich mal nehmen lassen sollen, dann hätte ich meine Drohne. Da vorne ist jemand. Da sind drei. Oh, fuck. Oh, jetzt hab ich Drohne. Das ist eine Sache, die ich meinem Team bieten kann. Okay, auf drei macht man, auf eins und zwei wählt man die Dinger aus. Alles klar, da kommt jemand bei dir? Ja, ich hab's gesehen. Was für ein Faggot, Alter. Ja, ich hab ihn schon getötet, aber der steht die ganze Zeit hier in so einem Raum rum und keult sich ein und guckt dabei aus dem Fenster und hofft, dass er im Sommer Frauen, die leicht bekleidet sind, findet. Ach, scheiße. Verbündet der Blitzschlag? Keine Ahnung. Hoffentlich. Oh, ich hab Vorräte. Ich bin ja ein richtiger alter Haudegen. Richtiger Skiller. Ich bin einfach der Aimbot-Typ. Ja, da hab ich dich aber auch noch gehabt, mein Freund. Sein Kollege ist so hässlich, ich stehe hinter so einem Typen und schieße seinen vorderen Kollegen ab und der Typ merkt das nicht mal. Na, komm schon. Das will ich mal sehen. Das Problem ist, kann ich jetzt hier meine Vorräte holen? Klar, einfach irgendwo hinwerfen. Ja, aber ob das jetzt so gut ist hier? Wie hebe ich die auf? Mit E oder? Ne, einfach mit F. F gedrückt halten, glaub ich. Ich brauch noch einen Kill, da hab ich auch vorräte. Mit T. Oder mit T. Blitzschlag, ja, ja. Ich brauch viel zu lange, das aufzuheben, Alter. Hast du das noch eingesteckt, wenigstens? Ja, ja. Ich hab Blitzschlag gemacht, der kommt jetzt. Boah, hab ich viele getötet. Alter, hab ich viele getötet. Exakt Zero? Ja, das meine ich ja damit so. Ich bin einfach OP-Blitzschlag-Schmeißer. Ich hab's einfach voll drauf. Ja, der gehört aber mir. Und jetzt. Viel Spaß. Ah, Loadstar. Ist das dieses Ding, wo du mit fliegst und dann rumballerst? Ja. Hast du das in den Vorräten drinnen gehabt, oder? Ja, Vorräte. Ja, jetzt schieß mal über alles kaputt, damit ich die Dinger hier aufheben kann. Ja, kaputt geht ja hier nix. Alter, wie das explodiert auch alles hier. Ja, wir laufen halt dahin, wo die Dinger einschlagen, ne? Da musst du rein, genau. Ja, haben wir jetzt. Wir laufen halt einfach nur den... Wir laufen halt überall hier draußen einfach nur rum und gucken. Ja, ich kann... halt leider... konnte halt leider die Position nicht wechseln. Das geht irgendwie bei dem Ding nicht. Aber damit hab ich wenigstens noch positiv geschafft. Aber mir ist egal, KD oder nicht. Ich will einfach nur... Ich will hier nur einfach nicht immer sterben und mich nicht immer aufreben. Das ist eigentlich leider nicht. Aber läuft auch ganz gut. Ja, es geht, Dinger. Ich bin nicht so der Oberburner. Aber ich spiel das auch... Dafür, dass ich gut sein soll, spiel ich das zu selten. Ja. Ja, haben wir doch locker noch weggepackt. 9-9, ich bin OP. 9-9 ist gut. Naja. Für den Anfang ohne Witz. Ja, ey. Neutral. Was ist los? Tschüss. Tschö, tschö.